Flaggen, es gab Flaggen beim Propheten, das ist eigentlich, dass man Flagge hat, das ist nicht verboten. Aber, dass man diese Flagge wichtiger als die Religion macht, oder wichtiger als das Leben von Menschen, das ist nicht in Ordnung. Und wenn diese Flaggen dazu beitragen, dass wir nationalistisch werden, und dass wir national stolz werden wegen Flaggen, dann ist das nicht in Ordnung. Okay, Flagge darf man, kein Problem, aber mit Bedingungen, nicht dass man, jetzt es gibt manche Leute, ihre Flagge, wenn du das runter zum Beispiel machst, oh, das ist Beleidigung für ihn und sowas, der könnte dich töten dafür. Aber wenn du Allah beschimpfst, egal. Wenn du Islam beschimpfst, egal. Was ist wichtiger, Islam oder Flagge? Allah-Muslim. Islam.